Was für ein toller Sender ist eigentlich das ZDF? Dass es uns alle mehr beeinflusst, als wir eigentlich denken, sieht man daran, dass die Cristiano Ronaldo-Büste am neuen Flughafen von Madeira irgendwie mehr nach Klaus Kleber aussieht, als nach Cristiano Ronaldo. Vor allem die Augen sind ganz der Klaus. Das Heute-Journal ist das Flaggschiff der Nachrichten im ZDF. Es ist gegen Fake News und für Fakten und für die gute Sache. Das sieht man zum Beispiel hier an der Moderation aus dem Heute-Journal vom 11. Januar 2017 von Christian Sievers. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit sollte selbstverständlich sein. Ist es aber nicht. Nicht bei uns in diesem hochentwickelten Industrieland. In Deutschland macht es einen Unterschied, ob ein Mann die Arbeit macht oder eine Frau. Die Frau verdient im Durchschnitt weniger. Das hat mit Gerechtigkeit, mit Gleichheit, mit den Grundrechten nichts zu tun. Darüber sind sich alle einig. Toll, oder? Da war alles drin. Ungerechtigkeit, westliches Land, Kampf für Frauenrechte. Er hat meinen Rundfunkbeitrag in die perfekten Worte für die perfekte Botschaft gegossen. Das, liebe Süddeutsche Zeitung, ist, warum Moderatoren so beliebt sind, obwohl sie doch eigentlich nicht mehr machen müssen, als einen Text vom Teleprompter halbwegs fehlerfrei abzulesen. Für Klaus Kleber hat man extra einen Teleprompter angeschafft, der so ein bisschen schief steht, damit er das auch gerade lesen kann. Jetzt ist ja der 11. Januar 2017 schon ein bisschen her. Und ich dachte mir, zu dem Thema, was ja durchaus relativ wichtig ist in unserer Gesellschaft aktuell, könnte es aus der heutigen Redaktion mittlerweile ein bisschen mehr geben. Also habe ich mich mal auf die Suche gemacht. Am 8. März zum Beispiel war Weltfrauentag. Also habe ich mal die tolle, tolle Mediathek von unserem heißgelegten 2. Deutschen Fernsehen geöffnet und nachgeguckt, was im Heute-Journal am 8. März 2017 so Thema war. Ähm, Moment mal. Das war's? Nichts zum Weltfrauentag? Ja, für den Weltfrauentag hatten sie in dieser Sendung leider keinen Platz. Weil man an diesem Tag lieber überbezahlte Männer in der Champions League hinter einem Ball herrennen gesehen hat. An diesem Abend haben 11 männliche Millionäre aus Dortmund gegen 11 männliche Millionäre aus Lissabon gespielt und deswegen hatte man leider gar keine Zeit, um auf den Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen aufmerksam zu machen. Sorry, Ladies. 10 Minuten Nachrichten, tschach, da fallen die Frauen eben leider hinten runter. Und ein längeres Heute-Journal für Nicht-Fußball-Interessierte und mehr Nachrichten-Interessierte, das man in die Mediathek stellt, kommt leider nicht in Frage. Da genießt die Redaktion lieber den halben Tag wie Schüler beim Tag der Zeugnisausgabe. Online gab es allerdings tatsächlich einen Artikel zu dem Thema. Dort wurde leider nur das Thema Frauen in Führungsposition und nicht das Thema gleicher Lohn für gleiche Arbeit behandelt. Merkwürdig, liebes ZDF. Ist das nicht merkwürdig? Aber am 18. März war dann ja Equal Pay Day und keine Champions League. Da hatte man doch bestimmt Zeit, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Ja gut, das war jetzt leider ein Samstag und da hatte man auch nur eine Viertelstunde Zeit, weil man rechtzeitig zu... Was läuft denn nochmal samstags, was man dann abends in der Zusammenfassung im ZDF sehen kann? Fußball! Man musste zum Fußball abgeben. Naja, und deshalb ist das Heute-Journal eben kürzer und da muss man auch noch die Lotto-Zahlen machen. Sorry, Ladies. Aber dieses Mal war ich mir sicher, dass in der Mediathek was zu finden ist. Gucken wir doch mal auf heute.de nach. Gar keine Treffer? Gar nichts? Nicht mal aus dem letzten Jahr? Hm, liebes ZDF, woran könnte das nur liegen? Ein SZ-Artikel aus dem Jahr 2010 könnte uns Aufschluss geben. Klaus Kleber sollte nämlich vor einigen Jahren mal Spiegel-Chefredakteur werden. Das fand man im ZDF nicht so cool, weil eigentlich wollte man sein Lieblingsgesicht behalten. Und womit ist Klaus Kleber zu locken? Geld. Man hat ihm einfach so viel Geld angeboten, dass er nicht mal mehr festangestellt sein kann im ZDF, sondern freier Mitarbeiter werden musste. Er bricht alle Rekorde. Er ist der Usain Bolt der Gehaltstabelle im ZDF. Laut diesem Artikel aus der Süddeutschen Zeitung aus dem Jahr 2010 sind es 480.000 Euro jährlich. Wohingegen Marietta Slomka, seine Kollegin, viel weniger verdient. Sie arbeitet schon zwei Jahre länger beim Heute-Journal als Klaus Kleber und verdient nur 280.000 Euro. Laut diesem Media-Artikel soll Klaus Kleber sogar 600.000 Euro im Jahr verdienen. Der ist aus dem Jahr 2008. Die genaue Zahl kann ich leider nicht nennen, da sie dem Beitragszahler gegenüber nicht kommuniziert wird. Was feststeht, ist, dass Klaus Kleber aus einer festen Anstellung beim ZDF zu einer freien Anstellung kommen musste, um so viel Geld verdienen zu können an dieser Position. Weil er freier Mitarbeiter ist, kann er die Redaktion des Heute-Journals übrigens gar nicht mehr leiten. Das darf er gar nicht mehr. Er hat also für mehr Geld Verantwortung abgegeben, wie Michael Ballack nach seinem Wechsel vom FC Chelsea zu ab in den Urlaub.de. Da verdient Klaus Kleber so viel und kann sich trotzdem nicht mal vernünftige Sackos leisten. Klaus Kleber verdient also ungefähr doppelt so viel wie seine weibliche Kollegin, die den gleichen Job macht, allerdings schon zwei Jahre länger. Vielleicht berichtet man deshalb im Heute-Journal so ungern über dieses pikante Thema und schon gar nicht in den Wochen, in denen Klaus Kleber mit Moderationen dran ist. Und vielleicht müssen wir das, was Christian Sievers gesagt hat, einfach viel wörtlicher nehmen. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit sollte selbstverständlich sein. Ist es aber nicht. Nicht bei uns.